Hallo und Willkommen zurück bei Subnautica ich muss noch mal ganz kurz speichern ich habe die Dokumente noch mal durchgesehen ich habe da was gefunden wo war es, wo war es, wo war es, wo war es, hier, ich glaube, oh Gott, 6, ach wie war der jetzt, 6, boi hey hey, jawoll, nicer, nicer so, hier ist das Labor, komplett unter Wasser ich konnte hier irgendwas scannen, habe ich gerade gesagt, ich konnte hier irgendwas scannen ich habe immer gesagt, ich kann hier was scannen irgendwo brauche ich noch mal ich brauche erstmal Luft ja ja war es mal Luft was was Technologie Blueprints sind okay öffentliche Dokumente was können wir vom Schwarmbewusstsein auf Strada lernen was Strada 6 äh, okay Datenbank zu ihr auf deinem PDA festgestellt dein Stoßkanonen-Bauplan wurde aktualisiert Stoßkanonen was also wir haben jetzt noch mal neue Luft geholt weil wir ja jetzt nicht mehr aufschließen müssen ach so das das hätte ich mitnehmen können oh, kann ich das mitnehmen das Inventar ist voll was schmeiße ich denn weg hier, komm lass den scheiß Titanen-Dreck hier kann ich was eins gehen ach troffel also wenn ich mich hier irgendwie durchgeschummelt hätte wäre ich auch da so reingekommen na super ganz toll ich lese mich hier durch 35.000 verschiedene Dokumente was mit dem Arm der sieht so aus als wenn ich den mitnehmen könnte ich will den haben ich will den Arm haben Probenbehälter brauche ich Probenbehälter ich weiß gar nicht ob ich das Zeug brauche was ich jetzt hier eingesammelt habe ähm so und das war das das und dann habe ich noch einen Code Code angelesen beziehungsweise lass mich durch lass mich durch ich bin Arzt so und zwar von unserem El Capitano also hallo nein 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 mach auf mit dem Scheiß ach komm scheiß da äh ja Capitano El Capitano El Capitano Feuer weg äh links Strom Feuer Autsch so warte wir speichern erstmal und dann ist es und dann ist es Tadaa jawoll Tadaa jawoll Tadaada Oh wie geil Oh Central Letzte Aufzeichnen Rettungsrakete Logbuch des Käptens das will ich das will ich das ist geil das ist geil Inventar ist voll was ich weiß den Titantreck weg finde ich so oft okay jetzt jetzt haben wir alles oder jetzt sollten wir alles haben und können die Aurora verlassen aber gibt es hier auch einen schnelleren Weg raus als den den wir jetzt hatten muss ich echt alles komplett zurück muss ich echt alles komplett zurück ich glaube schon oder wir haben da nichts wir haben da nichts gesehen oder morgens war wie das geht war Wvolle war 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 Cap war war So, wir haben, da war nichts, oder? Wir müssen den Weg wieder zurück. Können wir den Weg überhaupt zurückgehen? Das ist die nächste Frage, ne? Das ist natürlich die nächste Frage. Jo, jo, ist in Ordnung. Ja, ist gut. Ob wir überhaupt zurückkommen? Das Ding ist nicht hin. Ich kann ja gar nicht schon was. Puh. Das ist jetzt echt so voll die Quizfrage hier. Ist alles? Hier ist alles? Luft. Ist an der Luft. Oh! Logbuch des Kapitans. Ja, aber ich habe hier irgendwie einen Datenzugang zu... Fahrzeuge, Neptun, Rettungsrakete. Nice, nice, nice. Aber ich habe... Okay, gut, das kommt jetzt. Ich bin hier unter Wasser. Da habe ich mich durchgefräst. Da ist das Labor. Ich finde es erstaunlich, dass mir der Strom nichts macht. Also lass mich da rein. Okay, ich glaube, ich muss den kompletten Weg wieder zurück. Kann das echt sein? Okay. Also wieder durchs Labor. Zurück. Autsch, da war Feuer. Ach, das ging jetzt wesentlich einfacher. Wir müssen hier, klar. Von hier kamen wir. Wow, wir haben viel erreicht. Ja, wir haben viel erreicht. Wir haben super viel erreicht. Super viel erreicht und super viel gefunden. Das sind die Umkleiden. Genau, da habe ich mich reingefräst. Weg. Antriebsraum? Ja, da habe ich ja repariert. Da habe ich repariert. Da habe ich repariert. Da war ja nichts mehr. Du hast repariert, alles gut. So, jetzt kannst du mir das Seemotten-Dock. Hier habe ich auch alles. Ja, wenn ich die Tür schließe, dann muss ich einfach mal raus. Äh, ich wollte es gar sagen. Lass mich mal hier raus, du. Okay. Ach da. Ich habe es gerade nicht gesehen. Gott sei Dank sind wir mit leerem Inventar hierher gegangen. Also mit fast leerem Inventar. Ähm, 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 ähm. Ist natürlich jetzt, also, es ist sehr, sehr... Spring doch mal, du. Alpha, Kevin. Äh, also es ist schon... Ja, ich weiß nicht. Also... Dass da jetzt keinen anderen Ausgang gibt oder so. Ach, hallo, Kogan, es ist Nacht. Supi. Aber wir sind draußen. Das war die Aurora. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir jetzt... mega viele Sachen bauen können. Hallo. Oh, ich kam doch von hier. Ich verstehe das nicht. Hm? Ich kam doch von hier. Lass mich doch wieder zurück. So. Ach so. Äh, glaubst du es? Ach so, die haben wir schon gescannt. So, sonst gibt's hier nichts zu scannen, oder? Kann ich... Kann ich die Aurora wieder herstellen? Äh, äh, ähm. Ja, ich weiß. Wunschdenken. Die ist zu zerstört. Und alleine schon mal gar nicht. Warum seid ihr eigentlich wieder hier draußen und vor allen Dingen am Leben? So. Und ganz ehrlich, will ich, will ich, äh, bei Nacht jetzt hier? Nein, vor allem, was ist das da? Oh, das Gewackel. Hör auf damit. Hör auf damit mit dem Gewackel. So, während wir auf Tag warten, gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier alles durchflogen, ey. So, so riesig schnell und... Wow. Das ist der Hammer. Was ist das hier? Aurora-Poster. Okay. Ah, gefiltertes Wasser. Hätten wir das auch. Oh, hör doch mal auf mit dem Gewackel. Ich kann nicht gucken. Signal-Bui brauchen wir noch. Gravitations... Neptun... Start-Plattform. Okay. Krebs... Krebs... Aha. 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 Und Seemotte. Wasser-Weltraumfahrzeug... Aha. Stoßkanone... Ultra-Leitweg... Ah, Modifizierungsstation. Die haben wir immer noch nicht. Stimmt. Ein Zyklop auch nicht. Zyklop-Erweiterung. Maschineneffizienzmodul. Aha. Aha. So bauen? Immer noch nicht. Bäh. Ah, Flutlicht haben wir dazu bekommen. Ja, ja, ja. Wasserfilter, Wasserfilter, Bioreaktor. Hier haben wir natürlich eine Bank. Eine einfache Entfernung aus Metallschonendenergie. Wir haben auch schon. Normales Doppelbett, Einzelbett, Schreibtisch, Drehstuhl, Kommandostuhl. Okay, okay, gut. Wandregal, Einzelwandregal. Labor-Tisch. Ja. Ja. Glastisch. Okay, gut. Wir haben einiges zum Bauen bekommen. So, wo ist jetzt mein kleiner Kleiter? Mein kleiner Kleiter? Den hätte ich gern wieder auf der... So, weil es wird Tag. Wir beginnen mal die Heimreise. Wir gehen erschrocken. Und zwar mein eigener Schatten. Pfff. So, seht ihr? Da unten sind wir immer rumgegruselt. Da hinten unten. Hier. Ach, ganz. Das ist überall. Ja, ja. Gib mich auch. Undschüss. So. So. Na, da unten ist so ein Beißerchen. So Bierchen, oder wie das Ding heißt. So, und wenn ich jetzt hier in die Richtung schwimme, müsste ich auch irgendwo an der Wasseroberfläche die andere Rettungskabel zählen. Hier ist die andere Rettungskapsel. So. Ich glaube nach unten ist ein bisschen was gefallen. Oh, da komme ich hier rein. Oh, ich komme hier rein. Oh, das ist ein bisschen was passiert. Okay. Oh. Ich glaube, da bin ich auch mal ein bisschen. die nach das war da drinnen müssten wir noch mal nach unten gucken scannen können klar elektroschrott elektroschrott als elektroschrott ja ja stellt sich aber auch an du ja wenn jetzt hier nichts mehr ist hat es ja trotzdem gelohnt alle umbredet titan okay abrichtung erstmal nach oben dass ich sauerstoff kriegen und dann nach hause ja ist gut mein großer ich habe die strahlenbelastung schon gestoppt gibt jetzt nichts mehr strahlenbelastung überhaupt dass dieses große vieh uns da so weit es in ruhe gelassen hat das fand ich cool also es hat mich gefreut ich habe da keinen bock drauf auf dieses ding ehrlich nicht ja ist gut wird alles gut ich brauche mal ein reparatur reparaturwerkzeug wo ist mein bauwerkzeug da ist mein bauwerkzeug ich habe kein blei gefunden ich habe kein blei gefunden was so aber wir haben ein eingangsbereich wir haben dort produktion wir brauchen noch wohnräume und essensräume er wird selbst keine titanen einstecken was ist das mehrzweckraum ach so wer da gebaut wird ja okay ja genau so was haben wir denn im winter wir haben hier nämlich batterien muss ich mal und batterien haben wir jede menge ist ja krass eigentlich hier voll die ist natürlich auch sehr voll den ich jetzt hier mitnehmen und dann da wieder ja ich muss noch ein bisschen jonglieren aber wie gesagt titan haben wir genügt warum soll ich rausgehen plus 20 schön das freut mich so hier ist ich möchte die integrität der was ist das was ist das ich hab das nur draufgelegt was ist das denn energietransmitter erhöht die reichweite einer energie will okay flutlicht ich hätte aber gerne die tür ist in die tür hallo aber hier das war doch diese schott tür die ich jetzt schon hier die da die ich nicht bauen kann weil die gänge zu lang sind okay kann ich wenigstens verstärkungen bauen auch nur da an den wänden das ist egal das ist egal wir müssen zwar verstärkungen reinbauen ich weiß ja nicht was hier noch so passiert wir können sie ja wieder weg machen das ist ja nicht so das thema wir können sie ja weg machen das wird dann würde ich sagen hier ist hier machen wir schlafen oder ich muss mir das mal von außen angucken von außen dran bauen nein wir brauchen ja dann hier noch das ist produktion gell da dürfte auch nichts hängen was ach so da war ja irgendwas irgendwas ist ja das produktion dann ist doch hier den da dran oder nein bitte bitte geht doch da dran bitte ich weiß nicht warum dieses nervt die leute net ich habe keine ahnung was was wie wo warum probieren das jetzt einfach mal zack so ja wir probieren es halt herzweckraum dann ähm ich guck einfach mal ich guck einfach mal mal gucken jetzt hier titan waren schmierstoff und blei blei ist natürlich immer so eine sache ne titan habe ich gut verärzt habe ich gold habe ich am tisch maul so äh also wir holen erstmal eine koralle wir holen erstmal eine koralle so zwei korallen so was brauche ich dann noch titan kupfererz und gold das holen wir mal und dann würde ich sagen wir haben ja eigentlich schon die folgenlänge erreicht wir machen das noch fertig ich habe schon wieder vergessen ich habe schon wieder vergessen Kupfer Gold Kupfer Gold und keine ahnung keine ahnung ach die koralle aber ich habe sie ja so wie soll ich jetzt reinkommen so wie soll ich jetzt hier reinkommen Tränen. Oh, Titan Barren brauche ich, okay. So, ja, dann würde ich doch mal sagen, Kamera 2, Kamera 1. Uh, wie nice. Aha. Na, das ist ja nice. Das ist nice, das ist schön, Scannerraum. Ja, das ist cool. Oh, kann ich hier? Eh, nett! Hier? Ja, da. Das sind die Sandsteinbrocken. Uh, ist das nice. Das ist ja richtig geil. Und ich glaube, ich habe da sogar schon ein paar Erweiterungen eben gefunden auf der Aurora. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018